Hier sehen Sie die Messung der Wellenlänge. Hierzu wurde mit Hilfe einer Klimmlampe die Amplitude der Spannungswelle sichtbar gemacht, um zwei aufeinanderfolgende Nulldurchgänge der Welle zu ermitteln. Der Abstand der beiden Nulldurchgänge wurde gemessen. Dieser Abstand entspricht der halben Wellenlänge der Welle. Zur grafischen Darstellung der Messwerte wurde mit Hilfe einer Stromzange die Amplitude der stehenden Welle auf der Lecherleitung gemessen. Mittels eines Widerstandes wurde eine proportionale Spannung erzeugt, welche mit einem Voltmeter gemessen werden konnte. Die Messwerte wurden in entsprechende Diagramme eingezeichnet, wobei die Messpunkte einen Abstand von 3 cm besitzen. Das Diagramm zeigt die Stehwelle der offenen Lecherleitung. Aufgrund der Tatsache, dass die Stromzange nur die Beträge der Welle misst, ist die negative Halbwelle nach oben geklappt. Auf der Lecherleitung entstanden drei Maxima sowie drei Minima. Es sind ein, ein Viertel Wellen sichtbar. Im folgenden Diagramm ist nun die Stehwelle der kurzgeschlossenen Lecherleitung zu sehen. Ebenso wie beim Leerlauf sind hier drei Maxima und drei Minima zu erkennen. Diese sind jedoch im Vergleich zum Leerlauf um 90 Grad Phasen verschoben. Beginnend also mit einem Nulldurchgang auf der Lecherleitung. Die Lecherleitung wurde mit verschiedenen Widerständen abgeschlossen. Daraufhin wurde mithilfe der Stromzange das Maxima und Minima quantitativ ermittelt und daraus das Stehwellenverhältnis V-SWR sowie der Betrag des Reflexionfaktors Gamma berechnet. Es ergaben sich die hier gezeigten Werte. Weiterhin wurde die Phase des Reflexionfaktors ermittelt. Hierfür wurde der Abstand des letzten Maxima bzw. Minima zum Ende der Leitung gemessen. Folgend gezeigte Werte ergaben sich für die Phasen der Reflexionfaktoren der angeschlossenen Widerstände. Es wurde je einmal die Phase mit den Maximas bzw. Minimas berechnet, um Messfehler aufzuzeigen und große Abweichungen festzustellen.